Guten Morgen, heute ist Montag, es ist der Anfang der Woche, eine ganz schwierige Zeit für viele Menschen. Deshalb ist unsere Frage heute ganz locker und ganz angenehm. Wohin fahren Leute im Urlaub? Wir fahren nach Bayern und wir haben schon ein, zwei Radtouren gemacht in der Heide, in der Lüneburger Heide. Ja, und das ist es dann in diesem Jahr. Im Herbst vielleicht nochmal eine kurze Tour. Im nächsten Jahr wird es ein bisschen größer, dann geht es mal nach Israel. Wo ich Urlaub mache, zu Hause dieses Jahr. Warum? Ja, weil wir zu Hause ein paar Probleme haben mit unserem Hund und sonst wären wir schon lange weg. Und was ist mit dem Wetter? Ja, ganz schlecht das Wetter. Überhaupt nicht gut. Wenn man irgendwas machen will oder so, muss man immer schon Regenschirm mit haben. Oder wenn man mit dem Fahrrad fährt, ist das nicht so besonders gut. Ich fahre sehr gerne dann nach Italien. Warum? Da kenne ich mich dann auch so aus. Das Wetter ist so schön. Und es ist auch sicher, dass da fast immer die Sonne scheint. Dieses Jahr keinen Urlaub mehr, weil ich jetzt erst am 16. Juni von Australien wieder nach Hause gekommen bin. Und ich fange jetzt eine Ausbildung an. Ah, actually, we are going to Paris next week. Ja. Warum da? Ah, I just want to see some of Europe. Okay, and where are you coming from? Australia. Oh, okay. Herr Fundens. Ja, danke. Wo machen Sie Urlaub? Hier. Hier, und warum hier? Weil ich in Australien lebe. Okay, und wie viel sind Sie hier das Wetter? Das Wetter? Das könnte wahrscheinlich besser sein. Okay. Aber das ist kein Problem für mich. In Deutschland, und zwar Bremerhaven, Pugshaven, Willemshaven. Und warum hier? Warum hier? Weil wir mit Mobil fahren und ich nicht gerne so weit fahre und wir nur kurz Urlaub haben. Und dann lohnt sich das nicht so weit zu fahren. Mir gefällt das hier sehr gut. Ja, wir machen eine Radtour mit der Familie, zwei Kinder und fahren durchs Altmühltal. Okay, dankeschön. Bitte. Ich fahre in Barcelona. Und warum? Warum? Weil da die Sonne geschieden hat und es jede Menge Strände in Barcelona gibt. Ich bin hier in Münster. Ich komme aus England, Newcastle, Nord-East-England. Und wir kommen auf eine kleine Reise von Skandinavien nach Deutschland. Ich studiere hier nächstes Jahr. Ich dachte, ich komme hier ein bisschen mehr von Deutschland. Entschuldigung. Unsere Frage heute ist über Lärm. Über Lärm. Das soll irgendwo anders gehen.